Wie gut, Bruder, ich weiß selber nicht, wie ich's gemacht hab. Boah, wie geil. Und jetzt auf die Dinger oder nicht? Auf die... Wie heißt das? Ich schaff das jetzt. Ich mach Schiss. Ähm... Reifen. Mann! Dicker! Boah! Gibt's welche von euch, die grad auch die Maps spielen? Chat? So auf nebenbei? Nein, du bist der einzige, glaub ich. Ich würd gern wissen, wie viele. Das steht doch am Anfang da. Ich glaub 13.000 oder so waren. Wenn ich mich nicht irre. Echt? Ja, also ich bin mir nicht sicher. Ah, Mann! Hab ich nen Checkpoint vergessen? 16k mittlerweile, krass. 16k ist heftig. Oh mein Gott. Warum gönnst du nicht? Also rein theoretisch kannst du 10.000 Euro gewinnen, wenn du der Schnellste bist, ne? Ja, genau. Okay. Das hab ich völlig gecheckt. Und gibt's schon irgendeine Zeit? Boah, ich weiß nicht. Ist ja gerade erst draußen so. Ja, ja. Deswegen frag ich ja so. Also ich sag das euch mal so jetzt so Real Talk an alle da draußen. Falls ihr nicht realisiert, was da ermöglicht wird. Ihr könnt 10.000 Euro gewinnen, indem ihr einfach ein bisschen Fortnite zockt. Das heißt, geht am Abend mit euren Jungs in eine Party, lernt diese Map auswendig und probiert sie dann in einen unglaublichen Speedrun durchzuziehen. 20.000 Euro? Ne, du kannst alleine, glaub ich, nicht 20.000 Euro gewinnen, weil ich glaub nur der Erste bekommt 10. Der Zweite? Fünf, glaub ich, oder drei? Fünf. Ja, sowas. Also, du kannst alleine, glaub ich... Außer ich irre mich. Dann korrigiert mich. Ach, da stand aber X. Oder da stand X. Let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, so weit war ich noch nicht. Boah, was muss ich hier machen? Oh, das ist nicht so ein bisschen. Elias, wenn's dir zu viel ist, dann gibt's zwei Optionen. Du hältst deine Fresse, weil keiner zwingt dich mitzumachen. Chat, ist das so ein Jump, wo ich von hier aus geradeaus rennen muss und dann links rüber? oder so stehen muss? Ahhhh! Boah, Digga, das bricht gerade, ne? Boah, das bricht gerade. Aber habt ihr gecheckt, was ich meine? Muss ich vom Stehen aus heraus oder von der Bewegung heraus? Also muss ich da vorne stehen und den Jump machen oder muss ich, ähm, nach geradeaus rennen? Von hinten nach geradeaus rennen. Warte mal, ob ihr das gecheckt habt, Digga. Warte, was habt ihr gesagt? Der Jump sieht zu weit aus, irgendwie. Oh, Raja, das ist ja ernst hart, Digga, ja? Ja? Jetzt regt der sich schon wieder künstlich auf, Alter. Dieser Typ, ne? Ich schwör, das ist so krass. Boah. Ich müde gleich Rohr-Chat, wenn man sich das nervt. Ach, Rojo, Digga, das Leben ist nicht leicht, ich schwör's dir. Ernst sogar? Das merk. Das merk ich. Das merk ich jeden Tag. Luftballons? Was für Luftballons-Shit? Ach, Mann. Fick mich doch in den Arsch, irgendeiner, Digga, ja. Barbaros UFC. Mein Bruder, ich hab keine Prozente. Ich versteh, was du reinschreibst. Gibt's irgendeine Taktik, hier drauf zu springen? Okay. Gut. Bitte, bitte nimm deine Hände dran. Oh mein Gott, war das knapp. Map easy, ne? Bis jetzt find ich nicht schwer. Also es ist immer eine Frage der Zeit, bis du was schaffst, sag ich. Ja, Mann, und Frage der Geduld. Ja, also du wirst es schaffen. Also zu 100%. Die Frage ist, komm ich hier? Wie komm ich hier hoch? Muss ich hier an die Seite hoch oder direkt? 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 Eine Frage der Geduld, Chat. So. Amannakodum, wie soll das direkt gehen? Wo bin ich denn jetzt hier? Alter. An die Kante. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, jetzt. Ah, okay. Ah, okay. Ich sag, du brauchst so deine vier, fünf Stunden. Dann ist machbar. Ja? Ich sag mal, wir hängen hier sechs Stunden dran. Ja, sowas sag ich auch. Aber du hast erstens eine geile Map, geilen Content. Und das macht sehr Spaß. Find ich. Ja. Und das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Welche ist die schwierigste Map, Chat? Sieben. Boah. Also, es gibt sieben Level und Level sieben ist am schwierigsten. Logisch. Mhm. Das ist so eine voll geilartige Map. Boah, sowas würde ich gerne als Event machen, Chat. Seht ihr das hier? Als Twitch-Event. Was hast du jetzt wieder für eine Priorität, ey? Wenn du Level 4 bist, checkst du. Ach, Bruder. Ja, so ein Real-Life-Chat. Genau. Das wäre voll geil, oder? Okay, ihr habt irgendwas mit Luftballons gesagt, Chat. Was für Luftballons? Ja, so ein Real-Life-Chat. Mann! Ich sollte mich mal ausrüsten, so wie Rohr. Bruder, Mann! Bei Rohr hat das ja ein bisschen künstlich. Ich glaube, Hugo ist im Chat. Digga, ja. Hugo im Chat, oder was? Nee, du hast dich gerade nicht aufgeregt, ne? Du Keck. Ist Hugo im Chat? Kato hat's geschafft. Hugo, Klippen. Kato hat's nach sieben Stunden geschafft, das Ding ist durch. Machst du das extra ja, dass ich mehr Content habe? Ah. Kato, Lacher. Digga, wenn Kato das nach sieben Stunden hat, das Ding ist doch durch, oder nicht? Chat. Nein, am Ende hast du auch, irgendwann hast du auch die Hilfe von dem Chat, weil die das ja bei anderen gesehen hat. Ich sag, am Anfang, die es am Anfang durchspielen, haben es am schwersten. Weil sie alles selber rausfinden müssen. Und irgendwann wird es einfacher, weil du es auch schon gesehen hast. Weißt du, wie ich meine? Okay, ich muss hier kurz rechnen, Willi. Das ist so krank. Was? Warum fliege ich da unten? Ich muss kurz rechnen, ich muss kurz rechnen. Ich springe von der Insel direkt auf die zweite. Kann ich direkt von da auf die zweite Insel springen? öff an ein paar . Okay, das ist wieder ein wichtiger Call. Digga, ich kann nicht mehr, Digga. Bruder, wie kann ich da verkacken, weil ich so arsch bin, Mann. Okay, komm, Konzentration. Gut, jetzt. Speedrun, speedrun, speedrun. Nein! 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 Ich brauche, ich brauche Süßigkeiten, Chat! Ich brauche, ich brauche, ich muss mich abregen mit Süßigkeiten. Okay, Chat, was nehmen wir? Minecraft bring it Boah, ich hab Bock auf irgendwie Okay, chat 1 oder 2, 1 oder 2 Ich brauche jetzt Frust essen 1 oder 2 Das 1, das ist 2 Ich glaube 2 ist 1 oder 2 Boah, sehr viel Unterschied Okay, dann machen wir einfach so Ich esse einfach beides Was ist das überhaupt? Lion Brownie Style Boah, stark Boah Boah Der ist stark Hast du dir den direkt gefunden? Schick mal den normalen Link von KingCans oder von dieser Mystery Box, die ich gerade habe Die komplette Box Digga, warte mal Ich glaube Ich glaube, bei KingCans Gibt es Checkt mal, ob der Code Black Friday Black Friday 20 funktioniert Wenn ja, dann funktioniert der heute noch Klappt nicht Warte mal Ich versuche mal Klappt Perfekt Wenn ihr euch was holt Dann use den Code Black Friday 20 Dann kriegt ihr 20% Schlau im Leben Ich glaube, wir hatten bisher Zwei oder dreimal erst 20% bei KingCans Also Schaut da vorbei Ausdruckt der KingCans Okay Wir gehen rein Digga, ich check das nicht mit der Schiene Ah Du meinst mit dem Reifen drauf? Ja Muss ich auf die Schiene? Ja Und da diagonal drüben landen, ne? Genau Ah, ich war der geilste Fickerfotz im Land Muss man irgendwie anlaufen? Okay Ich krieg's easy hin Ich krieg's easy hin Bro Ich bin Ich bin I gesabbert Ja, weil ich mittendrin bin, Digga Bruder, ey, warum fandet ihr meine Contentliste eigentlich so schwach? Bruder Seine Contentliste war verbunden mit Gratisch Arschfick in L.A. Wie? Digga Chat, soll ich euch mal ne Contentidee von Roat erzählen? Was war? Hood besuchen Ja, Bruder, ich hab's nur aufgeschrieben, Hood besuchen Bro, besuch deine Hood alleine Mein Arsch wird unberührt bleiben Okay, ich bin wieder da Ich bin wieder da, Chat Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft Jetzt freut er sich wie der Kind Ja, ja, natürlich freu ich mich Das ist peinlich, ey Fick mich, bitte Fick mich lang Ich bin so geil, ich bin so geil Ich bin so frei Ey, it's your boy Nein, ihr habt niemals die Kingkens-Seite down gemacht Ist die Kingkens-Seite tot? Kingkens? Kingkens? Das war's Ich ruf mal kurz meinen Geschäftspartner an Digga, ihr habt einfach die Seite lahmgelegt Ich hoffe, er geht ran Ich glaub, das hatten wir noch nie, ne? Oder hatten wir das mal mit Kingkens, dass die Seite down war? Ich glaub, ganz am Anfang Krank 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 Digga Keine Ahnung, liebe in den Chat Ihr habt einfach Ihr habt das Sagt einfach Bescheid, wenn die Seite wieder geht Vala Vala, vala Okay Die, die schaff ich jetzt easy Ach, Digga Hä? Falscher Weg? Ach, Bro Okay Es ist 42 Um 45 bin ich wieder da Boah, das erinnert mich ein bisschen an Das erinnert mich ein bisschen An Cyberpunk Checkt ihr, Chat? So ein bisschen vom Grafik-Style So Ja Oh Oh Oh, schade Wo hab ich eigentlich mein Maus-Pad hin getan? Ey, ich hab Ähm Ich hab ein PC geschenkt bekommen heute von Ähm NCXD Wir gehen später auf die Seite und packen den später im Stream aus Der hat eine 4090 und so Ganz krank Okay Gib mir Ähm Du kannst sogar vielleicht echt meinen alten PC haben dann Eldos Gib lieber Kato Oder ich kann den Stream verlosen eigentlich Ich guck mal Okay, ich muss hier lang Sehr stark Wo muss ich lang? Muss ich irgendwo hier Hä? Hier unten, Chat? Alle abwerfen Lol Ah Okay Ich muss die ganz schnell abwerfen Und ganz schnell rüber Check ich Smart Weil sonst gehen die weg Okay, check ich Check ich Okay Okay Nein! Nein. Scheiße. Okay. Hey! Warum geht er nicht ran? Okay, let's go. Wenn du nach fünf Minuten da bist. Geil, Digga. Hoffentlich kriegst du gleich eine Werbung gescheitert. Garnaccio Fallrückzieher und welchen Jubel? Sie Jubel. Oh mein Gott, wie geil. Die Seite immer noch down. Das war's, Chat. King, du bist immer noch down, Chat? Das war's. Einfach für immer down. Okay, warte, jetzt müsste ich es eigentlich schaffen. Komm. Hier so, ganz easy. So. Mann. Mann, 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 Mama Mira. Muchas grüßes Saloso. Oh, Mama Mira. Mann, Dicke. Cam schief? Oh, mein Cam ist echt schief. So, jetzt ist es gerade. Okay, ich muss... Geh mal in den Container, habt ihr geschrieben. Komm mal in die rein. Was ist hier? Was soll hier sein? Oh, ich kann die Cam echt höher machen, hier oben mal rechts. Andere? Der da vorne, oder wie? Let's go. Let's go. Wo hätte ich da hingemusst? Unten? Da... Ah, da war noch ein Schild. Echt jetzt, Chat? Da hat noch ein Schild gefehlt? Die Map hat 70k gekostet. Nein. Den Sprung kann ich, glaube ich, auch normal machen. Mit Preis, Geld, Subs und so weiter. Warte mal, kriegt... Kriegen die ersten 5 Streamer, die die Map schaffen, Subs nun? Ja, ne? Ich glaube, die ersten... 200 die ersten 5. Das heißt... Also, aber jeder Streamer oder welcher Streamer? Jeder Twitch-Partner mäßig. Kriegen 200. Wer hat's denn bisher schon geschafft? Von den Streamern. Wo muss ich denn da? Warte mal, wo... Wo hat denn noch eins gefehlt jetzt? Chat. Ah, ich muss von da drüben dann das hier abschießen, oder was? Reapers eigentlich, aber er hatte Bug am Ende. Also, wir könnten das ernst schaffen. Von den ersten 5 könnten wir das ernst schaffen, oder wie? Wenn du reinhaust, ja? Oh ja, was geht's? Ich bin auch... Jetzt kommt Rohr wieder. Mitkomm' Rohr wieder. Wo bist du, Rohr? Level 5. Sagst du die 100 Subs nimmst du mit? Okay. Boah, krass. Aber bei dem letzten kann man... Kann man klettern? Bei dem letzten? Wo muss ich denn hin? Hing an in die Sikim! Ja, Hugo ist im Chat. Dekka, wo? Beim vierten stehenbleiben und rüberwerfen. Okay. Welches ist das vierte? Welches muss ich als letztes abwerfen? Also, welcher ist der Trigger für den vierten? Checkt ihr, wie ich meine? Arsch. Unten links, okay. Also, von rechts nach links muss ich eigentlich machen. Ne, was? Ne? Ja. Von links nach rechts. Okay. Check ich. Von links nach rechts. Boah, das war so... Oh mein Gott. Okay, jetzt... Okay, jetzt... Boah, Shortcut gefunden. Habt ihr das gesehen, Chat? Jetzt hier hoch. Boah, was mach ich denn jetzt? Den Sprung kann man schaffen? Boah, den Sprung kann man schaffen? Krass. 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 Oh. Boah, holy shit. Alter Schede. Alter Schede. Okay. Ich glaube, ich muss hier rein. Oh, sehr stark. Hier rüber, dann da rüber? Maybe? Boah, ich glaube, den kann man hier packen. Ich glaube... Hier rüber, ne? Boah, ich glaube, man könnte denn auch den hier packen. Direkt da rüber, oder? Was sagt ihr, Chat? Was sagt ihr, Chat? Bro hat dein Aquarium brennt. Danke, Bro. Für deinen 15. Links eher, okay. Okay, stark. Okay, stark. Wo geht's jetzt hin? Hier rauf. Okay. Boah, das ist doch unmöglich! Oder was ist das hier? Genau in die Mitte. Boah, das war's. Ich glaube, das war's. Aber wo geht's dann hin? Wo geht's dann hin, wenn ich in der Mitte lande? Oh messe! gh, halt! Oooooohhh, hat. Hot, 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 hot! Hot, hot, hot! chesern Okay Chat geht die Seite wieder Oder ist immer noch down Ja geht wieder Okay gut Sehr gut Geht okay Dann sendet ihr den Link rein Okay Aber das war nicht schlecht die Runde gerade Das war nicht schlecht Das war auf gar keinen Fall schlecht Oh Stark Okay von links nach rechts Stark 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 Stark, 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 stark. Ja, Mods, macht gerne den Mapcode rein. Guck mal hier. Erster Shortcut. Selten so ein Karma gesehen. Boah, stark. Okay. Stark, okay. Okay. Hier kann man auf jeden Fall gut abkürzen, eigentlich. Darüber. Zack. So. Zack. Oh mein Gott. Und... Ficken. Heide, Chat, heide. Okay. 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 Let's go. Let's go. Pää, seht ihr das? Das ist Stärkung für mich. Das ist wichtig und richtige Stärkung Wichtig und richtige Stärkung Mit käfer legt ein auge bitte So ganz easy ganz easy ganz easy ganz easy zack nein Ich pack die Map jetzt Warte mal da vorhin auf dem jump pad ne wo ich da war wieviel prozent von der Map habe ich da geschafft Von dem level sind das nur zehn prozent an Du würd mich verarschen digger niemals in das zehn So So Das bleibt noch lange okay. Ja, Willy? Nix, ich rede die ganze Zeit mit dir. Du bist mute. Achso, ja. Nein, ist egal. Geh wieder mute. Wenn du keinen Bock hast auf mich, dann ist es nicht schlecht. Wo bist du? Ich bin da, wo du für eine Stunde gebraucht hast. Warum hast du da so lange gebraucht? An dieser Band? Ja. Boah, ich weiß nicht, ja. Boah. Holy shit. Ach, Bruder. Ohne Sinn. Hallo? Hallo, Riesen. Riesen, wie viel Cash machst du mit deiner Map? Wir haben so mit beiden. Ich weiß nicht, sag einfach. Ich hab zwei so im Moment so 10 bis 13k ungefähr, würde ich sagen. Aber selbstverständlich nicht vor Steuern, ne? Finanze haben dann mein Arsch. Bro, scheiß auf Steuern, Mann. Scheiß, Mann. Ab nach Madeira. Alter. Riesen schießt gegen Hugo. Bitte klebt. Mann, Digga. Ey, Barello, Barello. Okay, also ich sag, ich hab die Map in anderthalb Stunden durch. Ja, du bist krass. Du weißt noch nicht mal, was kommt. Was sagst du da? Welches Level bist du? Fünf, du? Na ja, drei. Ja, Digga. Und wie lange spielst du schon? Vor eineinhalb Stunden war ich auch noch bei drei. Ja, stimmt. Monatlich? Fragt einer im Chat. Ja, ne? Monatlich, oder? Ja, monatlich. Ich glaube, einer, die du die ganze Zeit... Kingkens Seite ist wieder down. Echt jetzt? Och, Digga. Och, Digga. Och, so eine Scheiße, Mann. Mindestens einen Ende einer Kamerung. Wie die Hobbylust kann man sein, ja. Warum? Nein, wegen was anderem. Ach, ist das krass. Wie verdient man mit der Karte Spiel... Äh, Karte Geld? Das check ich auch noch nicht. Also, Epic Games gibt 40% von deren Einnahmen ab. An Map-Dauer. Also so an Leute, die Taten bauen. Und was hat deine Map gekostet? Wie bitte? Was hat deine Map gekostet, beispielsweise? Du hast ja Design-Netzungen. Die Prozente zum Beispiel. Ehrlich? Ja, ja. Das würde ich zum Beispiel niemals machen. Ja, ich glaube, Monat hat auch keine Prozente, aber ich weiß nicht. Ich würde immer... Das kommt auch so drauf an. Das kommt auch... Nee, das war stupid verhandelt von dir, Bro. Das zeige ich dir vor allem Geschäftsmann. Ja, das zeige ich dir von Geschäftsmann zu Geschäftsmann ab. Ich würde niemals... Zum Beispiel bei meiner nächsten Map so. Ich mache eine Map mit so einem Typen, die hat... Der hat gerade eine andere Map. Speed Realistics. Die hat hier letztens gespielt, oder? Ja. Ja, ja, genau. Der hat die. Der hat ja auch so... Die durchschnittlichen so 15, 20 Grad Spieler. Ja, ich würde... Einen festen Betrag, der baut dir die für seine Leistung, für seine Arbeit. Wird er bezahlt. Und dann ist die Map alles nur deins. Ja, das wäre der Playgill vielleicht. 100%. Er verdient quasi gerade... Gell? Ja. Durch dich. Das war's, Chad. So, jetzt einmal konzentrieren, Digga. Und nicht so viel essen. Noch einmal essen? Erstens mit mir zusammen machen. Und zweitens, er ist halt auch ein riesen Fortnite-Content Creator. Naja, safe, aber... Er kriegt so 300k auf jedes Video und so eine Scheiße. Ich will's dir nur sagen. Ja, ja. Also in Zukunft ist es nämlich mit uns zuerst. Hast schon recht, auch auf jeden Fall. Safe. Mann, Digga, warum kann ich da runter? Also diese Maps allgemein, das ist geisteskrank. Was Leute damit verdienen. Mhm. Oder diese Tätel Zone Wars kann sein. Kann sein, der Typ hat wirklich... Keine Ahnung, 10 Millionen gemacht. Mein Gott. Die... Mit all seinen Maps safe. Ist aber auch gut, wenn du ihn kurz zählst, weil der Map dann weiter in Liebe in die Map steckt und die auch überarbeitet langfristig, no? Nein, du kannst ihn einfach immer wieder neu bezahlen, you know? Das ist ein Arbeitsverhältnis. Wenn du nicht zufrieden... Wenn du nicht zufrieden mit dem Objekt bist, dann überarbeitet er es wieder. Das ist... Das ist eine Shit-Call. Also Real Talk vom Geschäftsmann. Naja, du hast auch recht, du hast auch recht. Du wirst auch in Zukunft safe mehr sein. Hundertprozentig. Was ist denn jetzt los, Digga? Was ist denn jetzt hier los? Mein Gott, was? Mann, Digga, ja. Woher weißt du denn, dass die Map gespielt wird? Darauf hast du nie die Garantie. Aber, äh... Es geht ja darum... Der Map-Bauer baut das Ganze und verdient jetzt Passiv-Einkommen dank Reason. Weil er Prozente daran hat, weil er diese gebaut hat. Aber das Risiko geht ja auch quasi der Map-Bauer rein. Er baut sie so oder so. Er hat... Er hat quasi jetzt eine Prämie im Vertrag. Wie ein Fußballer. Black-Screen bauen, Black-Screen. Oh, immer mehr Fortnite-Pros kommen auch so da rein, dass sie Maps bauen und sowas und quitten. Kommt und sowas. Ja, es ist... Also ist ja auch brutal smart. Und vor allem, ich glaube, in der... Äh... Aber man gönnt doch diesen Map-Bauern. Dark Pete, ich weiß nicht, was du darunter verstehst. Du gönnst ihm doch Geld. Du... Ein Busfahrer wird doch auch dafür bezahlt, wenn er die Leute zur Bushaltestelle fährt. Aber der kriegt ja nicht mehr Geld, wenn er schneller oder langsamer fährt. Du hast doch dein Gehalt. Für die Arbeit, die er geleistet hat, wurde er doch bezahlt. Es geht hier nicht darum, dass keiner bezahlt wird. Ich kann das nicht mehr, ne? So langsam muss ich jetzt mal. So langsam muss ich mal. Geht... 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 Kennst du die Seite wieder? Da ist es wieder da unten. Okay, let's go. Gibt es Checkpoints auf der Map? Yes. Guck mal. Shortcut. Ah, let's go. Und hier. Mann, Digga, warum rushe ich denn so doof? Okay. Für dich dann auch ein höheres Risiko, falls es nix wird. So. Let's go. Meine 200 Zaps rennen weg, Chad. Ich muss es jetzt schaffen. Ganz entspannt. Ganz viel Fokus. Ganz ruhig. Okay, zack. Und jetzt kann ich laufen. Sprint. Klettern. Zack. So, links nach rechts. Zack. 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 Oh, komm es. Ach, Digga. Digga, es gibt Leute, die wollen meine Spotify-Playlist abkaufen. Ja, Mann, bei mir auch. Die wollen sich in meine... Weil die schon so viele Follower haben und die dann dadurch Hörer und so generieren. Weißt du, wie viele Angebote ich schon für meine Spotify-Playlist habe? Ja, das ist krank. Also... Ich habe zum Beispiel so Angebote bekommen für so einzelne Songs. Weißt du, dass du... Hallo, Leute. Guten Tag. Guten Tag. Moin, Moin, Moin. Dass ein Song in die Playlist kommt und dafür bezahlen die mir Geld. Ja, ja, ja. War mir auch. Ganz verrückt. Was glaube ich? Okay, das hatten wir damals zum Beispiel so mit Highlight-Songs. Wir hatten damals so Highlight-Videos gemacht. Teil von unseren Clips und sowas. Und dafür haben wir Geld bekommen von den ganzen Typen. Krass. Ihr seid immer noch bei der Map noch nicht durch? Nee. Ich bin jetzt seit einer halben Stunde ungefähr durch. Ich bin jetzt endlich fertig damit. Mashallah. Mashallah. Ja. Abo ist so einer, der wird niemals lügen-Chat. Nein, nein. Das wird der nicht machen. Der ist so ein ehrlicher Mensch. Man darf nie wieder Scherze machen. Scheiße. Ja, und da kam das Gewissen ins Spiel, ne? Hast du mit einer Faser nur geglaubt? Nein, natürlich nicht. Und du, Ritzen? Auf gar keinen Fall. Ich habe doch Cap gesagt. Ich habe Ritzen gefragt, nicht dich, Robert. Ach so. Wer ist Ritzen? Vollmute? Ritzen ist mute. Ritzen, glaube ich. Ritzen. Ja, ja, hallo. Hast du geglaubt, dass ich es geschafft habe? Du hast es geschafft? Nach der wäre es so, glaube ich, nicht. Vor zehn Minuten bin ich durch, endlich. Oder seit zehn Stunden? Eine Stunde vierzehn. Ja. Das laberst du? Das schlau. Du denkst, du bist der einzige gefordert Profi hier, oder was? Nein, ich habe Level 1 geschafft. Die zwei anderen Level hat mein Sohn gemacht. Wann ich? Ja, ja. Er geht jetzt oben suchten, weil Monte hat gesagt, wenn Islam die Map schafft, dann geht er mit ihm in einen Einkaufsladen und kauft ihm alle Spielzeuge, die er will. Boah, gerade wäre ich zum ersten Mal und hätte was kaputt gehauen. So sieht es nämlich aus. Leute, es hat echt viel Spaß. Danke dir, Abo. Willi, falls du was kaputt haust, dann nicht dein Bildschirm. Nein. Ey, Abo. Nein, ich bin nicht so. Ja, Roat? Kingkens wurde gedidost. Wer sagt das denn? Ich. Nein, Bruder, das war einfach, Dings meinten zu mir, weil da Traffic drauf war, zu viel. Ich glaube, die wird gedidost, wenn man sich die Seite anguckt. Ma, Bruder. Die ist doch wieder online. Ich glaube, die wird dabei immer gedidost. Ich glaube nicht, dass es, ja, es kann auch zu viel, ach, keine Ahnung. Also, das haben die mir gesagt. Wieso, Traffic kommt von DDoS? Ja, genau. Keine Ahnung. Die schicken ja ganz viel Dings und so. Ach, keine Ahnung. Pakete. Okay. Na gut, Jungs. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns, ja? So. Hau rein. Yes, let's go. Oh mein Gott, Eier lecken. Warum muft er mich immer raus, Digga? Warum hat er mich rausgemoft? Ich bin ein bisschen hoch. So. Du musst das dodgen. So, jetzt fokus. Oder langsam geht's bei mir in diesem, dass ich vielleicht Hurensohn oder mal so in Erwägung ziehe. Nee. Aber Fake aufregen, ne? Nee, ich hab Clips an, ne? Nee, aber dass ich mich nicht aufrege, also wirklich. Oh, hat wieder Clips heute angemacht, hä? Einfach faken und dodgen, das ist so obvious. Ja, fick dich, Digga. Reason hat mich sogar darauf angesprochen, Robert. Was denn? Reason? Ja, auf das, Digga, dieses Ausrasten-Faken. Mann, Digga. Solche Keks. Ich fühl's euch. Letzt ihr das ausgehen? Oh. Okay. Double-Jump, also wirklich. Einfach ein bisschen Konzentration, dann wird das schon. Die 100 Subs hole ich mir auf jeden Fall. Boah. Das habe ich gerade behindert gut gemacht. No cap. Das habe ich auch wieder sehr gut gemacht. Reason, which level bist du? Ja, du bist Arsch, ne? Reason, ey, Alter. Ich muss sprinten, ne? 30 Minuten drin. Ich muss sprinten, ne? Ja, ich habe das rote Pop, Alter. Natürlich kommst du durch bei dieser... Das letzte von Level 3, glaube ich. Bruder, ich bin gerade fast vorm Bernie gewesen, Digga. Ich laufe diese Wand entlang mit einem Schneckentempo. Das hast du noch nicht gesehen. Bruder. Das ist alles eine Frage der Zeit und eine Frage der Perse. Perspektive, Jungs. Erzähl mir nicht was von deinem Mindset. Was von Bernie? Digga. Ganz krank. Bei der Hütte-Abkürzung. Digga, ihr schreibt das zum 100. Mal. Oh, wo denn? Hier? Nein. Götümmel! Sieg ihn! Ja, oh Gott. Hugo ist im Chat. Hugo, clippt das Mods. Roart regt sich auf wegen Monte seiner Fortnite-Map. Er ist so ein Kick, ne? Nein! Hugo, Hugo, mach Screenshot. Nein! Bro! Na, das war stupid. No cap. Chat, ich bin nicht Centricy. Ich bin Centricy. Warum schreibt das bei mir im Chat? Ja, jetzt die Maul, man. Ja, wie blöd. Was sagst du zu dem Cole-Hood-Besuchen? Mann, Digga! Ey, ich sag ehrlich. Ja? Obdachlosen-Umstyling wäre crazy. Ja, ja, ein Obdachlosen-Umstyling in Amerika. Er sagt das seinen Freunden und plötzlich haben wir ein Obdachlosen-Heim, die uns ausziehen. Ach, Mann, Digga. Um ein Prank wäre krass. Ja, klar. Ja, äh... Black Friday 50... Äh, 20, glaube ich. Chat, ich mach Roart leiser, wenn er die ganze Zeit übersteuert. Hood-Besuch kommt geil, sag ich auch. Glaubst du, man kann die Bloods einfach so besuchen? Gibt's da einen Ansprechpartner? Ich glaub schon, da gibt's so einen OG. Und den kennst du? Nein, aber ich glaub, der ist so ernst undercover unterwegs. Ja, und dann wird er sicher bei uns beim YouTube-Video mitmachen, ne? Glaub ich nicht. Ja, ach. Zwölfer, ne? Ja, genau. Oh mein Gott, ich sollte Lotto spielen gehen. No? Ja. Ich bin durch. Klar warst du. Wie durch? Mit was? Mit drittem Level. Ich wurde durchgekommen vom Ding. Von dieser Butt-Scheiße da. Ja, aber Bruder, du sagst, du bist durch. Ich hab gedacht, du hast das Ding fertig. Ja, ich dachte auch, Digga. Kick. Ich hab das Eisen, Chat. Oh Mann. Okay, let's go, let's go, let's go. Okay, hier einfach nur konzentrieren. Wer ist es nicht? Batsch. Let's go, let's go, let's go. Okay, jetzt full konzentrieren. I'm in a patient. Penetration. Ja, ja. Plötzlich macht er irgendwelche Wörter-Chats. Das hat er davor nie gemacht. Okay. Hier sind wir. Here we go. Aber Bruder, das stimmt doch irgendwas bei mir nicht. Das stimmt doch irgendwas bei mir da nicht. Nee, wieder scheiße. Erst am Ende springen. Okay, geil. Dem Ding hinterherlaufen. Okay.